was wenn man denn nicht mehr zieht in der Welt sagt und er jetzt mit der Komplett über die Tür geschwommen so richtig wird Schatzkehre ist er in Ordnung nein die Wiese also brauchst gar nicht versuchen reinzukommen in das in den Tempel ich hab so so gut ist auch hatte nicht immer der Post und ganze sie wird auch voll ab hatte und sagte zu beherrte und das auch mit angeblich ich weiß aber ich weiß weil interessant wäre natürlich schon das Material zumindest im Ausland und er ist es nicht so schön der Fall ist es direkt ganz schlecht sein dass die Welt nicht klar dass es lebt aber bei mir hat es ja und war das Scheiß die Google auch waren richtig Kaki das ist so viel Kürbisse Biest Kürbis und ich werde zumindest die Koordinaten er hat die Klinik es wäre nicht interessant mehr zu vertreten unter Wasseratmung ich verstehe kann auf der Insel wo ich direkt beim Wassertempo drauf schock das sind die Koordinaten was ich bin was 3.000 ich bin über 4.000 Blöcke von jeweilig er der Kopenhut schafft 4 das ist das er entschieden dürfen wir das ist ich bin 4.000 Blöcke weit weg die können jetzt alles wieder zurücklaufen meine Güte doch auch nicht nur noch weißt du noch wo unser unser daheim war ich habe die Koordinaten durch die die – 208 und 308 schlicht sich wo es ist gar nicht so weit schmeißt die Wand weil ich bin bei 1786 und 604 es wird übertreibt mit Apollegung 3 da noch so lange o aber ich habe ziemlich viel Essen was macht das seltsame Trank nichts er hat die Verlängerung er hat sogar verlängert nein Spaß das wär auch so aus na komm hey jolo geh mal rein das ist wenn der Gold oder so trinken ist ich glaub wenn wir nicht alles durch können sogar Goldblöcke drin ist vier Blöcke glaube ich sogar oder die ja dann weiter wenn man die viecher töten kann man die viecher wird ja aber das ist okay ich habe mich ja für drei tierschwert aber ich glaube ich habe ein bisschen ohrschwert unter wasserlich normales tierschwert so ist wie ich geh mal runter welcher bin ich nehme den war wasser einfach damit kann ich unter wasseratmen nein erlegt das ist steppe da brauchst du das Spiel wird vorliegen ich steig über den Tempel aus bitte lass kein Schatz gekommen bitte nicht das ist ja das ist ja ärgerste Horror mehr bald schon wieder schon wieder du kleiner Wichshund schon wieder Abfallebung kleiner Wichs kann man gar nichts machen oder dauert es nur saulange du Arschloch machte mit dem Menschen die ich glaube die ich will das vor allem sind strahl kann man nicht kürbisse gegen die Aufsätze nein du beim Ende einstieg zu werden ob sich war Schüsse Hurenzüge warte wird ich habe ich die ich kann ich die die Bote ich kann ich die Spohler steig ich bin weg wiedersehen ich will euch nichts ich will euch nichts tun also ich hab so viel essen das wird glaube ich nie wieder mehr essen haben scheiße ich hab schon wieder Abfallebung für vier Minuten ich bin das ist doch scheiße aber ich bin eh schon wieder bei tausend die Kinder nur einfach gemeinsam dort hin und besuchen das bei der Tiefe geträgt sind ein Tierblocks und neun die Marken der Köln sich schon in der Küssplatte machen die Schuhe auf die Kilo das wäre nicht der Goldblöcke was zum Beispiel unnötig wäre wäre wenn es da und was so was wenn wenn es darf Träger wäre ein Ozean Monument Ozean Monument Ozean Monument ist ein 48 mal 8 großgebäude das in der Tiefsee aus Prismarienziegel in diesem Warte in der hinteren Mitte des unteren Stockwerkes befindet sich die größte Kammer in deren Mitte ein großen Würfel aus dunklen Prismarien eingebaut ist in diesem Würfel sind acht Goldblöcke enthalten die Gründer war 8 Goldblöcke 8 groß der Prokette wird sein OP-Apfel er ist es möglich er hat in den die 8 Goldblöcke spart man dann einfach den Ende tauchen schön dort ein OP-Apfel unser Ziel ist ja dann wartet kurz das ist der Haffelohgacki hoffen so Also ach Gott, wir bezahlen sich schon mal. Warte, warte, warte. Also das machen wir. Jo, ne, boah. Vielleicht. Okay. Ja. Inventieren. Hey, was ist los? Okay. Okay. Ja. Okay. 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 Ja. Okay. Ah. Oh, Pferde. Aber jetzt droppt noch Leder und ich brauch keinen Leder. Sorry. Oh, ne, ich weiß, das ist, das ist nice. Oh, ne, ich hab sogar noch viel zu gut auf das als zu können. Boah, kannst du viel Pferde. Okay. Ok, ich schon in einfach. Ok. 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 Ja. Ok. Ok. Prozent Prozent so und auch mit der der Kirche Achtung lässt sich hier das ist nicht so und so Prozent b ich bin mir zurück ich magst du auch, ich magst du auch, was geht? wie geht ich auch noch mal Spakett, aber da muss ich nur noch mal machen ja, bitte du musst auch gucken du musst auch gucken, weil du so lang ja ja Prozent so ist es wegen der Zeit wird am besten Prozent mit der Freilter ich habe er in der Armee der ist in der Schuhe des Abkommens bis zu können ich bin bei erlangen wird 62 und 738 du bist du auf den Weg er Jaja, diese Folge kommt noch zurück, lang. Wie sollt ihr uns mal Dein mal stellen, so eine Stunde, Volker? Ich werde dir zu mir, wo ich gerade bin. Achso. Ich habe auch immerhin zu weg essen. Wenn ich Spaghetti mache, dann helfe ich. Okay, ja, mal Spaghetti. Ich muss dann kochen. Ja, genau, du musst kochen. Ich muss dann haben, ich muss dann ein bisschen kostenlos machen. Ja, du kochen. Du kochen, du kochen. Oh, shit. Ich muss jetzt mal. So. So. My back. Gut, dass ich die Ingalls von sich nicht an habe. Diese Zeit hätte Wixus und Single Geräusch gemacht wird. Ich schaue, wer hat Wixus und Single Geräusch gemacht. Wixus und Single Geräusch gemacht wird. Wixus und Single Geräusch gemacht wird. Ja, mach du das mal. Schmied du mal über den Dienklingst drüber. Mach ich eh wie Wixus und Single Geräusch gemacht wird. gut ich habe jetzt der welt 17 kürbisse und so brauchen wir keine ahnung kübiskuchen ich habe ich noch was ist jetzt hallo was hast du wo hast du es nicht mehr gehört ähm wo ich gesagt hab Kübiskuchen oh ich hab ok das Eisenerz ist was oder so ich bau mich jetzt mit Eisenerz hoch ich bin die Europäer das wäre ich jetzt eh einfach so weg ähm ja diese Tour hat sich eigentlich schon weil ich hab 4 Zuckerrohr und 40 Leder das heißt Zuckerrohr können wir anbauen das heißt wir können eine mega Zuckerrohr aufbauen also mit 4 noch nicht aber ok ich nähere mich dem Ziel ich hab noch mal deine Kultus in den Chat ich nähere mich auch nicht dem Ziel haha wie soll es jetzt noch leicht Blöcke ich bin bei 490 680 und es ist Nacht das ist ich sehe nichts mit dem Shader also ich glaube schon aber dann kommt den Creeper mit der rückst du wieder aufbauen ich hab ein halbes Herz ich weiß nicht was ich essen soll das verrottete Fleisch zumindest zum Regen oh das ist jetzt natürlich mega langweilig wenn du da einfach nur stehst aber ja du kannst nichts anderes tun ich kann ein bisschen nicht machen ich kann nicht machen ich hab Backel ich bin so dumm ich komme bei Carmen ich bin gleich bei unserer Base dann gebe ich schnell die Sachen ab dann nehme ich Fleisch mit weil ich hab ähm 64 Steaks und 4 und 64 gebratenes Schweinefleisch und 34 also schon ordentlich Bring genug Essen wird nicht vergessen ich hab ich hab zwei Steaks fast drei Steaks okay dann so ich sie noch mal sagen was ich hab 1,5 Steaks Schweinefleisch und 1 Steaks und 1 Steaks und 1 Steaks und 1 Steaks also ohne Spiele welche Verbrennung das heißt ich brauch das nicht alles rate blockieren blockieren kann man eigentlich nicht mehr die Fazit dass du dann nie die Auffassung hast aber ich spiel das ganze im Vollbild Dissing mein Dissing ist es vielleicht auch ein bisschen größer das ganze weil wenn ich das nicht im Vollbild spiel dann hab ich zwar mit FPS 10 oder so aber meine Güte aber im Vollbild ist es einfach besser für mich sieben mehr und das ist schon schön knall steaks im nur die 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 beste Antwort folgt welche Spaghetti möchte ich so zuerst um alle Spaghetti er es gibt ja dass es gibt der Karbonat und Polar aber bis ich es ist erkennt er nur die normal die normal ist es so gut die Klappe die anderen heißen ja ich esse mich in die Spaghetti es ist sich in den also ja jetzt schmeckt aber auch nicht er war Spaghetti und um und nicht die sich beißen zu gehen z.B. und bis zum Tügel dass ich noch nicht weil ich ich konnte es ist es ist auch noch eh nicht so ist gut ich muss erst mal die z-koordinate richtig wie bei die z-koordinate von unserer base 308 und minus 208 und 308 oder nicht gleich bei der base weil ich bin minus 171 und 385 ich seh die base schon jetzt kann ich noch mal ewig lauten noch mal 2000 blöcke hallo ja ja nur wegen der nächsten wegen neben ne jaja aber ja passt schon und zu schulden ja er weil es sicher weil es schreit der hintergrund ja passt passt meiner tschüss oh mein ohr ist jetzt tot meine Mutter ist ja bei der also arbeitet sie ja mit deutschen zusammen die eine Minderung haben und da ist sie uns hinterher im Grunde hat weggeschrieben äh ein ganz letzter ein das ist so das ist und kipps ich habe mal die Kartoffel hier Guttgart gut kann ich nicht die Kochen er okay es ist es aber nur so spontan Kote brauche ich und und auch nicht für die Tour was brauchst du ein Boot ein Boot, ja ok ja hast du schon ein Nudeln, nicht? das ist ja ich schaue die Nudeln schickst du jetzt noch mal die Cordis? Ok, ich bin bei... Ok, jetzt glaube ich so in die Richtung... Bist du geradeaus gegangen? Ja. Ja, ok, also ich kann es sehen, wie du... Oh, es wird da... Oh, das sieht schon schön aus. Hehehe. Was dort ähnlich lang, finde ich, wenn du das spielst. Also... Schon ist kein recht. Bist du durch das Eisbeck Spion gegangen, oder? Ok, nur straight, ich kann aus. Just straight ahead. Ö, über den Schnee? Ja. Ja. Das heißt, du bist eigentlich gerade am offenen Meer. Sozusagen... Boah, ich bin schon bei minus 600. Also, das gehe ich ja. Boah, Boris. Boah, bis ich bei dir bin, habe ich keine Essen mehr. Ja. Hehehe. Das geht mal. So, ich bin der Müll für das Leben. Okay. 2. 3 Creeper. Nein, 4 Creeper. 4 Creeper. Die rennt mal auf mich zu, ich bin schon. Die lenke... Erste schon weggegangen. Oh, das ist ein Spieltag. Oh, das ist ein Spieltag. Das ist ein Spieltag. Hehehe. Das ist ein Spieltag.